. 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 Was ist das? Ist das ein Angebot? Ist das ernst? Kugler, fertig. Die richtige Leuch, im richtigen Sorg, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und morgen bis pünktlich. Das ist einer von den ganz Harten, weißt du? Schauen wir mal, wie lange der Probemonat dauert. Kugler Christine! Was ist? Hast du noch nie ein Nackerte gesehen? Heißt meine Mutter Christine? Meine Mutter Christine heißt sie? Ist sie jetzt tot, ja oder nein? Ich brauche auch die Nummer von Frau Margit Kugler. Kugler? Hallo? Warum hast du mich weggegeben? Was? Warum du mich weggegeben hast? Das war das Beste, was ich gemacht habe in meinem Leben. Wo hast du noch so dir die Vorzeit gegeben? Weißt du, was magst du mir also die Vorzeit gegeben? Was? Ich habe mir noch so die Vorzeit gegeben. Untertitelung. BR 2018